Opa! Ne generell. Kurzes Video, dass man mal sieht, wie wir hier so hausen. Einfänger runter. Papa, mach für mich noch ein Koto. Papa, mach für mich noch ein Koto. Papp, mach unten mal von mir. Papa, mach mal kurz runter. Papa, mach kurz runter. Ich geh mal kurz runter. Papa, dann für den Kaffee zu meiner unten. Okay. Warte. Noch eine. Noch eine und. Mach du das. Papa, Mama. Dann für den Kaffee und dann für den Kaffee und dann für den Kaffee. Warte. Papa, warte. Mama, ich wollte Kaffee machen. Mach. Ist ja keiner da. Warte. Und ich habe keinen mitgebracht. Papa, ich habe es vergessen. Mama, kann man kurz mit? Na, holen wir welchen. Na? Dann müssen wir welchen kaufen. Und jetzt geht's gleich weiter mit Team Slowenien. Vosja, Vosja, drei. Und dann sind jetzt oben auf der Schanzer, auf ihren Auftritt, auch die Gäste dabei, beim Team der Slowenen im Mixed-Bett-Bettel. Rittbeste, hinter Saramanita Kama und Hattelina Atkins. Gut. Jetzt gibt's das. Komm, Mama durch. Danke. So, hier.